In diesem Video geht es um die besten mobile SAT-Anlagen. Der Qualitätssieger in unserem mobile SAT-Anlage-Test geht an die Premium X mobile SAT-Anlage. Premium X HD Camping Satellitenanlage mit umfangreichen Zubehör. SAT-Komplettanlagen von Premium X alles aus einer Hand, alles aufeinander abgestimmt. Alle wichtigen Komponenten für den Empfang von digitalem Satellitenfernsehen. Eine 38 cm Stahlantenne Komplettfarbe Anthrazit, 40 mm Feed-Aufnahme, eine stabile Masthalterung, ein Saugfuß zur Befestigung an einer Glasscheibe oder Autodach, Dreibeinstativ kann als Ständer für SAT-Antennen bis zu einer Größe von 80 bis 85 cm verwendet werden. Bohrungen an den Stativstützen zum Verankern mit drei Heringen im Boden. Sofort loslegen und ihnen steht dem Fernsehvergnügen im Urlaub nichts mehr im Wege. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der HW Digital Mobile SAT-Anlage. Hochwertige Mini-SAT-Anlage für einen Teilnehmer zum Empfang von Astra- oder Hotbird-Sendern in bester Qualität. Trotz der kleinen Größe ist die Schüssel sogar für Full-HD, 3D und Ultra-HD-Übertragung geeignet. Verständlicherweise bietet die Anlage nur wenig schlechtes Wetter. Reserve eignet sich dafür aber bestens für Camping, zum mobilen Einsatz bzw. überall dort, wo ein Einsatz von größeren Spiegel verboten oder eingeschränkt ist. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Mobile SAT-Anlage-Test ist die Telestar Mobile SAT-Anlage. Die Telestar Camping-Anlage eignet sich perfekt für den Einsatz im mobilen Bereich. Der robuste 35 cm Stahlspiegel ist extrem einfach in Montage und Ausrichtung. Das Single LNB verfügt über herausragende Empfangseigenschaften und die unterschiedlichen Halterungen und Adapter bieten viele Installationsmöglichkeiten. Dank des Hartschalenkoffers lässt sich die Anlage in zerlegtem Zustand platzsparend und sicher verstauen. Die Telestar Camping-Anlage kann mit jedem handelsüblichen Digital Receiver betrieben werden. Zum Beispiel Digi HD-TS4 Mobil, Telemini 2 HD, Telemini HD Plus oder Imperial HD 5 Mini. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.